so und da noch eine hin und hier dieser baum der fehlt noch was aber das nächstes geht nicht richtig gut sieht das aus sehr gut blöcke raus gefolge ist rein da hatte ich nur was habe ich gerade gesehen die können hier raus und der kann hier raus hatte ich der kommt hier rein und dann hätten wir doch schon ein bisschen wir sind hier sortiert crimson stem kommt hier rein ja das ist schon mal nicht schlecht die sagen müssten wir eigentlich mal weg sortieren die die nieder kiste also diese typischen also nieder oder sonst was kiste piercing 1 hier wollte ich was reitspeisen die da die da und die da haben wir hier noch irgendetwas was irgendwie zufällig kommt noch ancient hybrids die kommen auch versteckt das kann raus das kann raus dann hat mir die anderen sagen hier enderperlen leder das fleisch das kann ruhig weg gut da hätten wir doch schon mal ein inventar voll weggebracht so dann erst mal zu den netter zu der reise netter kiste das weg das weg dass da rein die da rein und ich habe viele spektoral pfeile gut was können wir doch da einschmeißen die können wir da einschmeißen das können wir da einschmeißen das zu monster das durch auch mal hier rein geht die tue ich mal hier rein die tue ich nicht da rein die tue ich das was ich tue hier oben rein besser rede das ist eine richtig gute idee von mir monster drops habe ich noch die enderperlen das tue ich auch mal hier hin obwohl es müsste ich eigentlich hier haben gravel und gravel und gravel habe ich irgendwo hier granit diurid enderzeit da ist gravel gravel und dann noch das da rein das da rein die eisen nuggets mach ich zu denkst und das weiß ich die doch da rein genau und kürzer werden ich hätte das das nicht gehabt wäre das richtig cool gewesen denn aber man kann ja nicht alles haben was allerdings gewollte was gewollte ist noch hier rein ja das sieht schon cool aus nur die großen die sehen da fehlt noch was hat ja was gefunden das müssen wir noch machen so war das in den blauen dach die nehmen wir noch mit und die nehmen die auch gerade schon mal damit und zwar war das der glaube ich ja der war das der war das ja die großen wenn man da noch ein bisschen was dran baut ist das nicht schlecht aber nicht jetzt jetzt haben wir schon mal genug fortschritt gemacht der reicht erst mal so dies gefolge ich sie rein und was haben wir hier so schön das dritte hat mir sogar noch cap zum durchschmelzen komm müssen bitte noch mal laufen gute nacht gute nacht würde ich sagen da holen wir einfach die verzauberung runter die behalten wir noch mal die können wir auch leer machen das können wir weg machen denke mir weg machen und die eisensachen die verschmeißen wir dann weg soll hier reparieren noch gerade hier das hier sehr gut so war das eisen weg das weg die 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 jetzt nehme ich noch mal mit die tue ich aber hier so rein in die kiste weil sich die irgendwann mal noch brauchen sollte die sagen da habe ich noch nichts vergessen aber du kannst ganz kurz auf beiden nicht weg machen das ist cool so jetzt gehen wir noch mal zum farmer und reparieren und die ho wo ist er und und guck mal die sogar schon fast ganz so ich habe nur natürlich jetzt doch warte mal hier da hätte ich doch noch an die erst der hat sich gesperrt wieder nehme ich nehme ich die erfahrung mit jetzt nix die können wir auch noch mal verhandeln nähe du nicht sondern du und da können wir doch gerade hier noch mal ein bisschen emeraldos machen so jetzt bist du wieder gesperrt das ist in ordnung ach du hast du gerade wieder so jetzt ist der fertig freude das ist aber gar nicht so schlimm weil jetzt haben wir die nämlich schon mal los und wir haben wieder über ein stack mehr von den schönen blöcken 24 das war nicht genug ne 25 ja dann ist nur eins zu teuer perfekt fast wieder fast wieder folge halt ich habe dann keine haltbarkeit drei darauf was geht denn hier ab was geht denn auf den dicks ab hilfe noch irgendwo haltbarkeit drei ja ich wollte schon sagen hier da haltbarkeit drei warum ist der fire protection drei drauf muss ich nicht verstehen glaube ich zumindest und solange die tools sich nicht verändert haben also hier unsere kiste die wir ganz am anfang mal gemacht haben hier den kolthelm brauchen wir auch nicht mehr die machen wir zu bau neu da kann hier wenn ich das hier schon sehe dann weiß ich was ich machen kann als nächstes und zwar suchen wir hier mal die schildkröten die irgendwo waren hier ist aber nur doch hier ist eine kommt 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 gut 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 ich hätte nämlich gerne noch ein paar oh warte mal hier sind schon zwei da jetzt habe ich dich angelockt tut mir leid jetzt muss ich nur mit silk touch gleich abbauen also so zwei wäre nicht schlecht muss ich schon sagen komm leg doch mal ja oder hat die andere die eier die die legen will jetzt komm 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 Vielen Dank.